Musik Wer will, soll hier an seine Grenzen kommen und sogar über sich hinaus wachsen. Das verspricht dieser Ort zumindest. So, hallihallo, wir sind im Siam-Park. Sag mal was. Und stehen viel an. Genau, also der größte Wasser-Königspark laut Werbung. Ganz viele Hosenrutschen, aber ganz viele Kinder, aber trotzdem haben wir Spaß. Der größte Wasserpark Europas auf der Kanarischen Insel Teneriffa erstreckt sich über eine Fläche von 18.500 Quadratmetern. Musik Wir haben unseren Spaß. Und wir müssen aber ganz ehrlich sagen, es ist faktisch so, Merchandising ist hier faktisch erfunden worden. In allen Parks. Ja, weil das ist hier schon einzigartig viel, wie alles eingepriesen wird und was es doch im Endeffekt kostet. Aber, ja, die Kinder haben einen schönen Tag. Genau, das ist das Wichtige. Ja. Der Naga Racer ist eine der beliebtesten Rutschen des Parks und der erste Stopp. Kopfüber kann man sich darauf mit der ganzen Familie ein Rennen liefern. Knapp 100 Meter lang, Höchstgeschwindigkeit fast 25 kmh. Auf der Treppe begegnen einem alle Altersklassen. Am Einstieg panische Schreie aus der Röhre. Eine lange, düstere Röhre führt in den Trichter des Drachens. Bei einem Gefälle von 45 Grad schleudert der Reifen rauf und runter, bis er schließlich in der Öffnung verschwindet. Ein riesiger Trichter mit 20 Meter Durchmesser verschlingt die Wasserratten und sorgt für einen ordentlichen Kick. Rettungsschwimmer sorgen am Einstieg jeder Attraktion für den effektiven Durchlauf und erklären den Gästen die Verhaltensregeln. Nicht lange fürchten, rutschen. Rettungsschwimmer 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, auf geht's, zurück zu Kälte. Leichter Sonnenbrand. Irgendwie ziemlich ausgefroren. Insgesamt wird's... Hatten doch leicht gewinnt, würde ich sagen. Aber jetzt geht's nicht. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ja. Ja. Wir sind mittlerweile wieder angezogen. Mal gucken, was ich euch hier mal geben muss. Mal sehen, wie es geht. So, das war unser Besuch im Siam Park. Für die Kinder ganz nett, aber zu überteuert. Ja, ich würde es deshalb auch nicht bewerten wollen, weil wir kommen in den Punkten nicht unbedingt hoch. Für uns ist es einfach nix. Uns hat es Spaß gemacht, richtig. Aber wir sind den Kommerz so stark dahinter. Ja. Deshalb bewerten wir es einfach nicht. Was ist es? Bis zum nächsten Mal.